Sehr geehrte Damen und Herren, heute Morgen haben wir unsere Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Lassen Sie mich fünf wichtige Aspekte besonders hervorheben. Erstens, die Schäftergruppe ist trotz eines Umsatzrückgangs von 10 Prozent gut durch die Krise gekommen. Das ist vor allem der Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dafür allen ein herzliches Dankeschön. Zweitens, uns hat geholfen, dass wir breiter aufgestellt sind als andere. Das vierte Quartal war stark. Sie sehen das an unserer bereinigten Ergebnismarge von 6,4 Prozent für das Gesamtjahr. Drittens, wir haben im Laufe des Geschäftsjahres 2020 vor allen Dingen große Fortschritte im Bereich E-Mobilität gemacht und mehr Aufträge gewonnen als erwartet. 2,7 Milliarden Euro sprechen für sich. Viertens, die Schäfflergruppe hat einen Free Cashflow von 539 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist mehr als im Vorjahr. Wir schlagen eine Dividende von 25 Cent je Vorzugsaktie vor. Und fünftens, wir sind gut in das Jahr 2021 gestartet. Dabei sind wir bei unserer Prognose für das Jahr 2021 bewusst konservativ geblieben. Unsere neue Roadmap 2025 zeigt den Weg nach vorne. Große Chancen sehen wir vor allem im Bereich Digitalisierung und im Bereich Nachhaltigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.